Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bordstocks. Wir sind hier jetzt ein Jahr. Ich soll hier die Stadt verlassen. Weil sie mich verfolgt haben, dass sie mich verfolgt haben. Jetzt fahre ich euch zwei erst mal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um dich. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Gute. 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 Keine Chance, dass er uns entkommt. Jetzt muss ich mal markieren, wo ich irgendwo hin muss. Warum halt mal abseits von der Straße? Also, alles aus den Nachrichten. Die Maure. May Stadium. Das warst du? Ja. Oh Gott. Und seit ich weg bin, hast du getan, um mich rauszuholen. Nur das, was ich weiß, ist immer noch keine Spur von ihm. Halten die Augen offen. Gut, so kann man es auch machen. Ich habe, bevor ich es aufnehme, habe ich das schon öfters mal versucht. Ich habe es hier hinbekommen. Und ja, ich habe jetzt gedacht, versuche ich dich halt noch mal aufnehmen. Und ja, ich habe diesmal geschafft. Und das war auch gerade guter Jump. Gut. Jep. Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffe. Es dauert nur seine Zeit. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Ich habe ihn weggebracht. Nein, sag es mir nicht. Sag es niemandem. Ich habe ihn weggebracht. Nein, sag es mir nicht. Gute Büsche. Aber wir sind jetzt um einkommen. Ich weiß nicht, ob ich versucht habe. Ich weiß nicht, ob ich versucht habe, das jetzt ist. Ich habe es nämlich schon zu oft gemacht. Aber nie so, wie ich es gerade eben gemacht habe. Könnt ihr jetzt reden, Jax? Nein, leider nicht. Es ist schon okay, Jax. Saut ja mal ganz aus, obwohl ich dagegen gefahren bin überall. Komm, Präter. Ich mochte deine Autos nicht, oder Hockey. Und seine Freunde waren eklig. Sind auch Gämmer gewesen, bestimmt. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Du bist meine Schwester. Ich habe nur noch gehofft, dass du dich mal umsichst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Erabschiede dich jetzt von Onkel Eden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Nein. Wie Jax. Man sieht sich. Und jetzt geht's an Damien Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irac. Okay. Gibt es einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn es sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nicht an, Mr. Irac. Tun Sie das. Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung. Kein Problem. Schön, es mag der Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst. Aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Das Milieu kennen wir doch. Und da ist eine Audio-Datei, die man ist. Ich werde nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der... Ja, tut mir leid, dass ich so noch gebrochen habe, Aiden. Ich geh nur... Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Der klang gerade wirklich, wie ich so ein Psychopath. Oder wie so ein Mafia-Buster Aiden. Klang geil. Aiden, müssen wir jetzt machen. Ich nehme mir Abkürzungen. Warum ich die Abkürzungen nehme? Es ist ganz einfach. Es ist einfacher. Nein, ich will keinen Verbrecher machen. Ich will einfach nur Lucky Quinn aufhalten. Aber die Story, die ist jetzt berauschender geworden. Es geht jetzt nicht mehr um Nicky. Es ist außer Gefahr an Jackson. Es gibt es nur noch... Es ist keine Rache auf Deutsch. Aber Rache ist nicht immer der beste Weg. Zwei Suchen. Du wirst, wenn du jetzt suchst. Und ja, ich hoffe nun mal, dass... Damien mal geschnappt wird. Und wann wird Damien mal schnappen? Damien ist ja allen dran schuld, dass Nicky bestraut worden ist. Äh, gefangen genommen worden ist und alles andere. Da frage ich mich, wann ist endlich... Frage ich mich, wann ist... Damien dran? Denn... Aiden kämpft sich... An mehreren beiden gleichzeitig. Aber kämpft... Damien. Dann noch... Bloom. Mit dem CD-US. Und jetzt auch noch... Iwag... Äh... Lucky Quinn. Und also Iwag am Anfang. Jetzt ist nur noch... Von Iwag... Die Daten. Und... Und... Ich... Wow, das war knapp. Schöne Symbol. Oh, ein Waffennarren und sitzt da. Okay. Besucht Bruno Seiten der Frau. Hallo. Und sieht noch nicht mal schlecht aus? Jemals für eine Endgame-Grafik. Das Melo Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen warum. Und danach stirbt er. Und wenn ich den umbringe. Soll ich jetzt doch einbrechen oder was? Ich bin's. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wiedergutmachen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Ich bin's. Ich bin's. Es tut mir sehr leid. Aber ich warme sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Quinn. Wenn ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Hedden. Bantenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasco. Beide im Visier. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Werk erwischt. Der Bürgermeister. Der Kämpfer. Du denkst. Soll ich gerne so stolz sein. Oh. Du wirst raus, wenn ich es sage. Die Redezeit sind um. Also, verlass mein Hotel. Es geht weit, wie viel das Abschieb ist. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky. Oh. 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 Augen auf, patrouilliert jemand in den Dock. Was zum, jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Schön. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Sieht euch das bitte mal an. Was geht denn hier? Versucht war das, verdammt. Scheiße. Was ist das? Ein Toter? Irgendwer da oben... Ich bin draußen in unserer Zirne, he he. Ab hier nicht. Ich gehe weiter. Ja, hier ist nichts. Ich stehe da drüben nach. Oh, vergiss es, Mann. Fuck. Was ist das? Kamera, Kamera, Kamera. Steige Gruppe hindern. Außen jemand? Okay, okay, okay. Ich stecke mitten in jedes Verschwörungstheorium. Okay, ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, wo ich lieber wäre. Ich finde das großartig. Mein neuer Auftrag? Erschafft Ihr Zugang zu Rushmoos Kopf. Ey, es gibt ja einen neuen Deal. Wir haben die nötigen Mittel. Ich weiß nicht, wer dafür bezahlt hat, aber jetzt knüpfen wir uns dem Bürgermeister persönlich um. Um da ist Teambesprechung. Hey, wer ist der? Ah, was soll? Oh Gott, scheiße! Sorgt mal nicht. Also bitte. Claude Willen. Eiser. Eiser. Gut, ich habe also alle Versteigungen verhindert und ja. Kann ich ja irgendwo rein. Gut. Gut. Da müsste er jetzt hinterkommen. Nackt hat er das eigentlich? Naja. Du brauchst niemanden. Nein, kann ich nicht. Nein, gut. Oder? So mach. Das ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Nein, nein, kann ich nicht. Da ist jemand. Nur da genau. Kann ich den irgendwie an... Gut. 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 Da drüben! Kommt ihr einmal? Wo ist das so dämlich? Was ist das so dämlich? Komm, geh gucken! Hört NSA nicht weg ab! Halt die Fenner raus! Binde den! Genau, kommt hierher und das macht sich da Boom! Wir haben Verluste! Wo denn? Nur das Ding hier! Dann noch ein Annäherungsmino! Dann noch ein Annäherungsmino! Dann noch ein Annäherungsmino! Jetzt noch ein Annäherungsmino! Das hier ist ein Franky Mann! Find dich! Ich irgendein Schanky! Hallo, gehts noch? Das ist noch einer. Ach, da ist noch einer. Oh, da liegt einfach Zeug rum, und alles ist leer, nur noch der. Ja, halt hier deine Augen um. Ich nehme die Waffe freigeschalten, genau. Nehme ich auch nicht mit, nehme meine... Einmal Waffen habe ich schon gesammelt. Die nehme ich mit, genau. Geht es denn hier entlang? Ach, hier war eine Sprengmöglichkeit. Ernsthaft. Ich bin ja auch immer alle um, na schön. Ne, oder? Ich habe doch hier eine Kamera, oder? Ja. Ich hätte gar nicht umbringen müssen. Sag mal, wo bist du? Welchen? Ich verstehe nicht mal, welchen. Ich hoffe, es ist das. Oh, es hat eine Zeit, die Frage zu verwenden, eigentlich mal. Na komm, vor Stuhl. Ich habe mich schon gescheitert, ja. Oh, nicht. Aber jetzt weiß ich es nicht, ich kann nicht mehr rein. Hihi. Warum? Warum sitzt da jemand drinnen? Einmal. Na gut. Ich tue die Folge beenden. Und ja, sobald ich sie geladen hat, fange ich dann neu an und so. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.